Wenn Menschen in die Ehe gehen, speziell aber ist die Botschaft an den Mann gerichtet, er, dann ist es oft aus Gründen, dass man dort Glück und Wonne sich erhofft. Speziell der Mann, wegen Reize und Bedürfnisse nach Intimität, sucht er jetzt vielleicht die Ehe auf, gerade wenn er jetzt das Leben so gelebt hat, wie er es hätte nicht leben sollen, vor seinem Glauben. Und jetzt im Glauben merkt er, dass das Wort Gottes sagt, er kann seine Bedürfnisse nur auf eine gewisse Art und Weise ausleben und das kann nur im Rahmen der Ehe sein. Also sagt er, dann macht man es doch lieber legal und wohlgefällig vor Gott und jetzt sucht er eine Frau auf. Hat er vielleicht nicht so vor Augen, aber oftmals geht er in die Ehe in der Hoffnung, endlich diese Bedürfnisse oder diese Reize legal bedienen zu dürfen. So, die Tatsache ist das, eine Frau kann einem Mann niemals Liebe geben, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Denn Liebe kommt nur vom Vater, von Gott. Genauso ist es nicht der Mann aus sich heraus, der jetzt die Frau Liebe geben könnte, aber da ist es noch wahrscheinlicher, dass das passieren kann, wenn der Mann richtig positioniert ist. In den meisten Fällen ist es nicht so. Die treibende Kraft, weswegen speziell der Mann in die Ehe geht, ist wegen Bedürfnisse. So, dieses alles hat Raum und Platz und hat auch eine Begründung. Gott hat diese Reize gegeben, genau zu diesem Zweck, damit der Mensch in die Ehe geht. Wenn du aber jetzt Videos von mir gesehen hast und ich habe jetzt über diese Thematik, was passierte eigentlich im Garten Eden, worum ging es da? Frucht, Apfel, Baum, Schlange, was war jetzt die Thematik? Da habe ich viel über die Ehe gesprochen, denn ich ermutige Mann und Frau in die Ehe zu gehen. Aber es sind gewisse Promissen, die beachtet werden müssen und gewisse Dinge, die auf dich warten werden. Denn Glück und Wonne wird mit der Zeit passieren, wenn Mann und Frau an diesem Ziel so arbeiten, wie Gott es meint. Aber dass du jetzt Glück und Wonne findest in der Ehe, das war keine Botschaft von mir. Wenn du jetzt nach Glück und Wonne da gesucht hast und hoffst es bei der Frau zu finden, aus Vorträgen, dann sind diese Vorträge entweder falsch oder du hast was falsch verstanden. Etwas ganz Bestimmtes wird dich in dieser Union der Ehe erwarten, ob Mann und Frau und mit der Zeit wirst du drin wachsen. Wenn die Ehe so einfach wäre und die führt zum Erfolg, gerade in dem Menschlichen, dass der Mensch wiederhergestellt wird, dann hätten wir nicht eine Gesellschaft in der Form, wie sie heute ist vor unseren Augen. Denn die kleinste Einheit einer Gesellschaft ist die Ehe. Wenn die Gesellschaft so aussieht, wie es gerade aussieht, und das ist doch nicht mal das Ende, okay, die Apokalypse kommt gerade auf uns zu, dann verstehst du auch, wie diese Einheit gerade ist von der Qualität. Also sucht der Mann jetzt Liebe bei einer Frau ein Ding der Unmöglichkeit. Eine Frau, nochmal, kann dem Mann keine Liebe geben, wenn überhaupt, könnte der Mann der Frau Liebe geben, wenn er richtig positioniert ist, oft, als es nicht der Fall ist, ist er nicht in der Position, das zu tun, muss also vorbereitet werden. Zurück also zu diesen Bedürfnissen, die der Mensch hat, nicht nur Mann hat diese Bedürfnisse, die Frau auch, aber durch den Sündenfall ist da irgendwas jetzt da quergelaufen. Okay, die Werte sind nicht mehr so, wie sie sind. Das heißt, in einem gefallenen Zustand ist es nicht mehr so einfach, war schon im perfekten Zustand nicht haltbar, im gefallenen Zustand noch weniger. Die meisten wissen gar nicht, wovon sie sprechen. Diese Bedürfnisse, Gott hat sie gegeben, das erste Gebot, was Gott gesprochen hat, ist, was? Seid fruchtbar und mehret euch. Also ist ein Gebot, ist eine Bestimmung, ist das, was der Vater wollte. Vater möchte, dass die Menschen in die Ehe gehen und die sollen sich vermehren. Aber diese Bedürfnisse hat er gegeben, nicht zum eigenen Zweck, dass du damit machen kannst, was ich will, ich mache damit das, was ich denke oder was du denkst, ja, also du für dich, ich für mich, sondern wir müssen es machen, wie der Vater es möchte. Jetzt sagt der Mann, ja, das habe ich verstanden, diese Reize habe ich zuvor illegal ausgelebt, aus der Sichtweise der Bibel, ich will es jetzt richtig machen. Also Bruder Jonas, wo finde ich die Frau? Er hofft jetzt eine Frau, die ihn Liebe gibt zu finden und dann wird alles glücklich da seine Wendung nehmen. Pustekuchen, okay? In der Ehe wartet auf dich, da warten klare Herausforderungen, Dinge, die du meistern musst und in den meisten Fällen aus einem gefallenen Zustand heraus finden die Menschen nicht, was sie finden sollen. Mutwillig, ich sage immer mutwillig, nicht, dass der Mensch es nicht weiß, sondern er pocht drauf, scheinbar irgendwie durch eine unsichtbare Hand, immer das zu machen, was der Vater gesagt hat, nicht zu tun. Erst wenn er zu dem kehrt, was der Vater sagt, wird das Sinn machen. Okay, also, die Botschaft, dass du Glück und Wonne findest in der Ehe, gerade mit diesem Bild, dass die Frau verführte, dem Mann diese Frucht zu nehmen, wobei er wusste, dass es falsch ist, ja, gibt uns eine ganz klare Botschaft. Paulus sagt, 1. Korinther 7, Vers 28, Er sagt, dass, wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn eine Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Doch werden solche Bedrängnisse im Fleisch haben, die ich euch gerne ersparen möchte. Ich hätte gerne, dass ihr das nicht erleben müsst, aber wenn du heiratest, du sündigst nicht. Was meint Paulus? Es wäre besser, du bleibst alleine und dann sagt er, doch, du sündigst nicht. Was meint er? Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Denn dieses Bild in der Ehe, Paulus wusste, auf was der Mensch sich da einlässt. Nur der Mensch weiß es nicht, der Mensch will es auch nicht wissen. Wir haben gesagt, dass der Mann kann der Frau eventuell Liebe geben, aber die Frau kann dem Mann keine Liebe geben. Woher kommt das? Wie kann ich das so behaupten? Was ist da die Grundlage, sowas zu sagen? Jakobus Brief, das ist nur ein Vers, Kapitel 1. Hier steht drin, jede gute Gabe, Vers 17, und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Ist Liebe also eine kostbare Gabe? Ist das nicht eine Gabe des Heiligen Geistes? Ja oder nein? Galerika, Kapitel 5. Geduld, Enthaltsamkeit, Liebe, Glaube. Liebe ist eine Gabe. Ist nicht, was du dir erwirtschaften kannst. Ist eine Gabe, die Gott schenkt durch seine Gnade. Also jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Also jede gute Gabe kommt von oben herab. So, die Frau kann es empfangen vom Vater, aber tendenziell hat Gott eine Ordnung gegeben, wie wir diese Liebe empfangen werden. Denn die Liebe kommt von der Quelle, das ist der Vater. Die Liebe geht über Christus, der sich aufgeopfert hat für uns und wieder auferstanden ist. Der Mann, der jetzt unter Christus Obhut ist, bekommt diese Liebe. Er, richtig hergestellt, kann der Frau diese Liebe geben. Und sie kann in dieser Liebe wachsen. Eines Tages erwidert sie es, aber es kommt nicht aus ihr. Fangen wir mal so an. Sie ist nicht die Quelle. Wenn sie, meinetwegen, weil sie nicht verheiratet ist, mit dem Vater, mit dem Schöpfer verbunden ist, und sie Liebe vom Vater empfängt, was sehr wohl möglich ist, die Position ist aber nicht, dass sie jetzt diese Liebe dem Mann gibt, damit er geborgen ist, sondern er müsste diese Liebe eigentlich schon mitbringen, um sie zu leiten. Hast du mit? Also, dass der Mann jetzt Liebe bei einer Frau sucht, ist von sich aus schon verkehrt, denn Liebe kommt vom Vater. Was er meint in der Duselei, ist er vielleicht Reize oder Gefallen. Das verwechselt er mit Liebe. So, nochmal, das hat aber der Vater schon vorgesehen, dass der Mensch wird diese Reize haben und das bringt ihn dazu, diese Union aufzusuchen. Was sucht er jetzt in der Union, wenn es nicht Glück und Wonne ist? Das kommt mit der Zeit, ist aber nicht Ziel. Ziel ist, geformt zu werden, zum Ebenbild des Schöpfers wieder zu erlangen. Das, was wir mal hatten, soll jetzt durch die Ehe wiederhergestellt werden. Das ist das Hauptziel. Aber was einen dazu drängt, sind erstmal die Bedürfnisse. Bevor er, speziell der Mann, in diese Ehe geht, wegen Bedürfnisse, sollte er, sogar, muss er zuvor, Achtung, beschnitten sein. Und damit meine ich im Herzen beschnitten. Die Beschneidung im Fleische ist das Symbol für das, was er im Herz oder im Geistigen durchmachen muss. Deswegen, der Bund der Beschneidung mit Vater Avram war ein sehr, sehr schmerzhafter Bund. Wirklich in der Vorhaut seines Fleisches beschnitten zu werden, wenn du darüber nachdenkst, als die Söhne von Jakob, die Einwohner von Sechem, die Männlichen dort auslöschen, abschlachten wollten, da haben sie dazu gebracht, in diesen Bund einzutreten, sich beschneiden zu lassen. Als die Stadt sehr wund war, am dritten Tag, wenn der Schmerz am höchsten Pegel ist und du kannst dich kaum bewegen, dann sind sie einmarschiert und haben die wehrlosen Männer sozusagen übermannt. Die wussten darum, das ist eine sehr schmerzhafte Sache. Und dieser Schmerz, der so schmerzhaftig ist, ist, was der Mann, speziell der Mann soll beschnitten werden. 1. Mose 17, lese ich gleich vor. Der Mann soll beschnitten werden, nicht die Frau, denn von ihm hängt es ab. In vielen Fällen macht er es aber falsch. Das heißt, weil er es falsch macht, die Frau ist aber mutwillig. So wie in Garten Eden ist auch mutwillig daran beteiligt, dass sie beides falsch machen. Wegen der gefallenen Natur. Nochmal, wenn du Vorträge gesehen hast, dass Glück und Wonne und man spricht über die Ehe, damit du deine Bestimmung findest, das ist nicht, was ich meine. Sondern die Frage mag jetzt sein, Bruder Jonas, wenn ich jetzt alleine bin und ich laufe durch die Welt, wie soll ich mich hier verhalten? Welchen Lebensweg soll ich aufsuchen, in dieser Frage geformt zu werden für das ewige Leben? Dann ist dieses Bild das Beste, was ich dir bieten könnte. Und Paulus sagt aber, dass, wenn du in die Ehe gehst, Vers 7, Kapitel 7, Vers 28, 1. Korinther, dann wirst du Bedrängnis im Fleisch haben. Er sagt, dass es wäre ihm lieber, dass jeder so bleibe wie er, denn ich wollte alle Menschen wehren wie ich, Vers 7. Schau mal, das sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Befehl, Vers 6. Denn ich wollte alle Menschen wehren wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Besser wäre es nicht zu heiraten. Macht doch keinen Sinn. Wenn der Vater diese Bedürfnisse gegeben hat, nicht damit du Glück und Wonne nur findest, er hat sie nicht gegeben, damit du Spaß und Freude an der Sache hast, du wirst Spaß und Freude haben als Beiprodukt, als Gnade des Vaters, während du dich auf das konzentrierst, was du eigentlich machen solltest. Okay? Du sollst Kinder kriegen und prokrieren und dabei darfst du Spaß und Freude haben, aber nur dann, wenn du es machst, wie der Vater es will. Es ist nicht gedacht dafür, dass du Spaß und Freude hast und du bedienst es nur deswegen. Okay? Aber jetzt sagt der Mann, jetzt habe ich das verstanden, das musst du nicht wiederholen. Um es jetzt legal zu machen, suche ich jetzt eine Frau aus, mir aus, ich möchte mich verlieben und dann machen wir es legal. Und wenn die beide jetzt nicht auf dem richtigen Weg sind, dann machen sie es aus falschen Gründen. Mit der Zeit, wenn sie beide wirklich zu Gott gehören, werden sie es lernen. Die hätten sie aber viel Ärger sparen können. Bedürfnisse, damit will ich erstmal diesen Part schließen, dann gehen wir auf die Textstellen ein, sind also dazu da, sind gegeben worden vom Vater, damit man es erstmal aufsucht und richtig positioniert, kommt die wahre Frucht dann später raus. Deswegen hörst du vielleicht Pastoren, schon 30, 40 Jahre leiten sie Gemeinden und man fragt sie, wie sieht es aus bei dir zu Hause, Leitung und Liebe und die sagen, keine Probleme. Schon in Interviews gehört. Keine Probleme, diese Dinge, die du fragst, da musst du jemand anderes dir aussuchen, weil bei uns da läuft Respekt und wir sind konform mit dem Wort und fragt man dann den Pastor, bist du Haupt deiner Frau? Und dann sagt er sowas wie, er ist nicht bestimmt, jetzt ihr sagen zu müssen, was sie zu tun hat oder er ist nicht bestimmt, dass er jetzt sie da herumkommandiert hat. Hat auch keiner gesagt. Man hat nur gefragt, bist du Haupt deiner Frau? Denn das ist ja die Ordnung, die Gott gesetzt hat. Paulus sagt, der gleiche Paulus, im gleichen Brief, Kapitel 11, in Vers 3, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber das Haupt der Frau. Gott aber das Haupt des Christus. Also, 1. Korinther 15, 28, am Ende wird der Sohn alles den Vater übergeben. Wenn die Liebe vom Vater kommt, zu Christus, zum Mann, zu der Frau, wie kann der Mann jetzt Liebe bei einer Frau suchen? Okay? Also beide machen es falsch. Jetzt sagen manche, warum predigst du über die Ehe, diese Bedürfnisse, die hat man doch im Griff, zu 99,347%, okay, hat der Mensch es nicht im Griff. Er kann es kontrollieren, er kann es leiten, aber er ist nicht gedacht, auf Dauer es in Schach zu halten. Es soll genutzt werden, nur auf die richtige Art und Weise. Und die, die angeblich sagen, das haben sie im Griff, das kriegen sie hin, irgendwann hörst du von Skandalen oder ganz abtrünnige Sachen, weil sie angeblich das im Griff haben. Das ist für die Öffentlichkeit, aber im Verborgenen laufen ganz andere Sachen. Okay? Also du spielst mit irgendetwas, wo du keine Kontrolle hast. Aber dennoch, muss der Mann beschnitten in die Ehe eingehen, das darf ihn nicht kontrollieren. Deswegen, bevor Menschen in die Hochzeit jetzt einfach hineinprasseln und jetzt da sofort jemand suchen, habe ich schon mal einen Prediger gehört, wo der Mann wollte heiraten und da hat der Prediger gesagt, das können wir natürlich schnell machen. Ja? Ist ja eine Sache der Organisation. Aber er rät, dass der Mann noch so und so lange wartet, bis er wirklich klar bei Verstand ist. Manchmal mag es sein, dass diese Zeit zu warten, die ist gerade nicht gegeben, aufgrund gewisser Begebenheit. Und man sagt, okay, dann lass uns mit dem Kennenlernen vielleicht fortfahren oder mit der Ehe oder mit der Zeremonie, aber lass uns ein paar Vorkehrungen treffen. Mehr als es nicht der Fall ist, halten die Menschen sich nicht dran, weil die Bedürfnisse, die Begierden sind höher. Okay? Treffen vielleicht Entscheidungen zuvor oder versprechen Dinge, aber dann halten sie es nicht, weil der Drang zu groß ist. Ist falsch, ist verkehrt. Die werden ihr Erwachen eines Tages haben. Man hofft dann halt nicht ein böses Erwachen, dass es noch in die richtige Richtung geht. Aber ohne diese Vorkehrungen sollst du einer Ehe überhaupt gar nicht erst mal dich nähern. Der Mann müsste erst mal im Geiste beschnitten sein und der Vorläufer von dieser Beschneidung ist das Fleischliche, die Beschneidung im Fleisch. Okay? Kommst du mit? Speziell also liegt die Verantwortung auf den Mann. Er ist das große Problem in dieser Gleichung. Er macht es falsch. Wegen ihn läuft hier alles verkehrt. Aber die Frau ist nicht unschuldig. Nur, wenn der Mann seine Position einnehmen würde, hätten wir nicht eine solche Gesellschaft. Was war jetzt Sinn und Zweck? Warum stand jetzt die Frau mit dieser Frucht schon da und wer gab diese Frucht? Was wollte der Feind? Wieso nutzt der Feind die Frau, um an den Mann zu kommen? Was will er genau? Okay? Okay. Gucken wir uns mal das hier an mit der Beschneidung 1. Mose 17 und hier steht das. Das ist aber mein Bund, Vers 10, den ihr bewahren sollt zwischen mir und euch und deinen Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Hängt vom Mann ab. Und er sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Jedes männliche von euren Nachkommen soll bei euch beschnitten werden, wenn es acht Tage alt ist, sei es im Haus geboren oder um Geld erkauft von irgendwelchen Fremden, die nicht von deinem Samen sind. Was in deinem Haus geboren oder um Geld erkauft wird, soll unbedingt beschnitten werden, so soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund. Okay? Das ist ein Zeichen, dass es beschnitten. Und ein unbeschnittener Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden, aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Jetzt wird jemand sagen, naja, ich glaube ganz stark, dass die Beschneidung im Fleische, die jetzt vollziehen zu müssen, ist nicht, was die Tora meint. Okay? Haben wir uns auch schon mal angeguckt, 5. Mose 10, ja, es ist ein Bund gewesen und es ist ein Bund, der ernst ist, aber das ist nicht die Beschneidung, die jetzt hier vorrangig ist, weil Paulus hat auch gesagt, ist jemand unbeschnitten berufen, dann bleibe er unbeschnitten, denn die Beschneidung an sich bedeutet nichts, außer die Beschneidung. So, beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens, 5. Mose 10, 16 und seid nicht mehr heilstarrig. So, aber nur der Mann kann sich ja beschneiden lassen. Das heißt, auf ihn ruht es die Verantwortung, dass er diese Union richtig führt, aber er geht da nicht unbeschnitten rein. Warum denkst du, dass die Beschneidung genau an der Stelle, nicht am Ohrläppchen oder die Fingernägel kurz schneiden? Was ist die Botschaft an den Mann? Das darf dich nicht kontrollieren, denn wenn das dich kontrolliert, wenn die Reize, die sind gegeben worden, aber du missverstehst es vielleicht. Du gehst jetzt in die Ehe rein, weil du Reize hast. Du kannst nicht mehr. Du sagst, du kannst nicht mehr aushalten. Oder du predigst, du faselst irgendein Zeugs und sagst das, bei mir ist das nicht so. Bei uns ist Harmonie. Bei uns ist es halt so, dass ich muss meine Frau nicht führen und leiten, denn bist du gerade in dieser Position. Die Frau gibt dir diese Frucht und sie leitet dich. Wenn die Frau dich leitet, ist die Ehe ist die Ehe im geistigen Zustand gefallen. Das ist ein unbeschnittener Zustand, in welchem der Mann sich befindet. Aber um da nichts zu gefährden, damit diese Reize immer bedient werden können, damit er es nicht verliert, ist der Mann bereit, auf die Frau zu hören. Das ist das wahre Bild. Das ist das verkehrte Bild, was der Vater nicht sehen möchte. Okay? Deswegen, wenn jemand unbeschnitten ist und nicht beschnitten ist, dann wird er ausgerottet. Deswegen, es kann sein, er predigt schon seit 30, 40 Jahren, aber er sagt, dass bei ihm zu Hause da gibt es keine Probleme, weil die Frau ist ja auch dementsprechend im Ehenbild Gottes geschaffen. Stimmt. Ja? Denn in der Tora, das Wort Adam an der Stelle, da kommt es vor für Mensch, damit ist Mann und Frau gemeint und dann spezifisch wieder Adam. Aber die Verantwortung wurde in Adam gegeben und er ist es meistens, der fehlläuft. Mit ihm kannst du nicht reden. Der kann nicht warten. Der hört nicht auf Satzungen oder Bestimmungen, weil er es besser weiß. So, Epheser 5, 23. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Vers 22. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männer unter als dem Herrn. Das heißt, wenn die göttliche Frau wahrhaftig Christus sucht, dann versteht sie, dass sie braucht einen Mann, der nicht auf sie hören würde wegen Reize. Sie braucht lebensessentiell einen beschnittenen Mann. Sonst kann sie ihm nicht folgen. Ja? In der Misere der heutigen Zeit, die Frau hat unter gewissen Umständen sich Männer rausgesucht, die sie bei klarem Verstand nicht ausgesucht hätte, wenn sie göttlich unterwegs gewesen wäre. Sie wollte ihn dominieren, leiten, sie fand es ganz niedlich, wer auf sie hört. Und dann kommt Ernst des Lebens und jetzt merkt sie, oh, das ist ja gar nicht, was der Vater meint, das hilft ihr auch nicht. Ja, Pustekuchen, ein bisschen spät, sagt man jetzt vielleicht. Wie kriegt man diese Ordnung jetzt wieder her? Nicht durch Fingerschnipsen, harte, harte Arbeit. Und jetzt siehst du die Gesellschaft in dem Zustand, wie es heute ist. Was ist der Weg? Nur zurück zu der Ordnung, schwerer als du denkst. Okay? Schon jahrelang jetzt in der Ordnung gelebt, falsch gelebt, verkehrt angegangen, jetzt hast du die Herausforderung, ist aber der einzige Weg. Du musst zurück zu der Ordnung. Hart daran arbeiten, dass der Mann in diese Position kommt. Leiten zu können, nicht wegen der Reize auf die Frau zu hören oder bereit zu sein, das zu tun, was sie möchte. Was möchte sie denn? Nun, was möchte der Feind? Fangen wir mal so an. In Jesaja 14, das ist nur ein Vers, das haben wir schon mehrfach angesprochen, du kennst es wahrscheinlich auch. Von der prophetischen Aussprache her, da gehen wir davon aus, dass der Feind gemeint ist. Und hier steht drin, dass der Feind ist gefallen. Und der gefallene Feind ist jetzt der, der jetzt im Garten schon wartete mit dieser Frucht. Gott hat aber von vornherein gewarnt, dass diese Frucht kommt, es ging nicht um einen Apfel, es ist Bildersprache. Jesaja 14 und Vers 12 Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, was genau, was wollte der Feind? Ich will empor fahren auf Wolkenhöhen. Okay? Er sagt, und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel empor steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Die Sterne Gottes sind die Engel, er will den höchsten Platz haben, der Feind, und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Norden ist der höchste Punkt, also den höchsten Thron will er haben. Ich will empor fahren auf Wolkenhöhen, dem allerhöchsten mich gleich machen, das ist die Frucht. Wie? Durch Eva und Adam und Frucht und Schlange und Baum. Wie? Wie will er das erreichen? Ich will empor fahren auf Wolkenhöhen, dem allerhöchsten mich gleich machen, doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Also die Strafe darauf ist, dass ins Verderben wirst du fahren wegen dieses Vorhaben. Jetzt in der Offenbarung liest du, dass der Feind und seine Engel, der Drache, die kämpften, aber sie siegten nicht und sie wurden ausgestoßen. Das heißt nicht, dass es erst in der Offenbarung in der Endzeit passiert, dass das Bild von Anfang an, der Feind ist von Anfang an zu Boden gestürzt worden und da wartet er im Garten schon mit dieser Frucht. Das heißt, Mensch wurde geschaffen und dieser Konflikt war schon am herrschen. So, jetzt ist der Mann in einer perfekten Beziehung zu Gott, haben wir vorhin gesagt, im Hebräischen, das Wort Adam ist für den Mann, Mann, Adam, das Männliche, aber auch für Mann und Frau. Aber spezifisch spricht es von Adam, Adam über den Mann in der Situation, dass er mit Gott eine perfekte Beziehung hatte. Und da war Eva noch gar nicht da. Er hat schon alles gehabt, Sachwalter über die ganze Erde. Nun, wenn er der Sachwalter ist, wer begehrt diesen Platz zu haben? Sachwalter, die höchste Position, der Feind. Naja, wie kriegt der Feind das? Zu Adam direkt kann er nicht gehen, bei Gott ist er eh gefallen, Adam hat alles, aber die Eva, die bietet irgendwas an, was er so bei Gott nicht kriegen würde. Das ist eine Ergänzung. Das ist nicht die Krone. Okay? Die Krone seines Wesens, seiner Essenz, ist Beziehung und eins zu sein mit dem Vater. Im Ehembild des Vaters geschaffen worden. Das ist das Höchste. Eva ist die Ergänzung, als Gehilfin. Sie arbeitet mit an diesem großen Plan. Sie wird mit erben im ewigen Leben, wenn sie beide in dieser Ordnung bleiben. Aber Gott hat diese Ordnung uns gezeigt, auch in der Reihenfolge der Schöpfung. Erst Adam, dann Eva. Wenn der Feind es jetzt hinkriegen könnte, dass er seine Botschaften an den Adam jetzt bringt, durch die Eva hat er alles erreicht. Und das ist die Bedeutung von dem Apfel. Also Adam ist bereit, auf die Eva zu hören, anstelle von die höchste Beziehung mit Gott zu schätzen. Wenn das passiert, fallen sie beide. Und durch die Frau kann der Feind seine Botschaften bringen. Sei nicht so streng. Lass mal fünf gerade sein. Übersehe das mal ein bisschen. Hör auf mich. Schau mal, wonach mir gerade ist. Meinst du, das ist ja ein Spiel. Schau dir doch mal die Gesellschaft an. Was ist denn dein größtes Problem? Wenn du mehr Männer hättest in deiner Umgebung, die für das Rechte einstehen, bei den ganzen Sachen, die du siehst, in den Gremien, in den Entscheidungen, in den Kreisen, wo du bist. Das sind doch Männer, die meistens Angst haben. Woher kommt diese Angst? Naja, nicht beschnitten. Und wo hat sich das in der ersten Instanz manifestiert? In der Art, wie die Ehen angegangen sind. Die Chefin, die fragt man. Ich muss auf die Chefin hören. Wer ist denn Chefin? Wirst du fragen. Ist das nicht die Anna, die du kennenlerntest, als du zehn Jahre älter, schon im Beruf warst und sie war gerade noch in der Schule und du hast auf sie gewartet? Wie ist sie plötzlich Chefin geworden? Das macht keinen Sinn. Er hat sie zur Chefin gemacht. Warum würde er sie zur Chefin machen? Mit seinen Kumpels geht er nicht so um. Okay? Da ist es rau und hart und da sagt man sich die Meinung. Warum bei der Chefin? Warum macht er der Chefin ständig Geschenke? Wegen den Reizen. Er ist bereit, alles zu tun, dass sie ihn ja nicht verlässt, weil er nicht beschnitten ist. Die wiegen höher als seine Beziehung zu Gott. Deswegen, wenn der Pastor klar bei Verstand ist und die meisten, die ich höre oder die ich kenne, die sind es, die würden den Mann sagen, bevor du in die Ehe eingehst, unter meiner Leitung oder unter meiner Empfehlung, weil du kamst ja zu mir, ich empfehle es dir, so und so zu machen. Du kannst natürlich machen, was du möchtest, aber ich empfehle es dir nur. Okay? Sei nur gewiss, dass auch wenn du deine eigenen Wege gehst, dass du dieses Bild vor Augen hast. Das wartet noch auf dich. Denn der Erdboden ist verflucht wegen der Sache, heißt nicht Dornen, Distel, Kraut, Schlange, Garten, Apfel, Baum. Der Erdboden ist verflucht, heißt, weil Adam aus dem Erdboden geschaffen wurde. Alles, was aus Adam kommt, obliegt jetzt, ist unter diesem Fluch, rebellisch zu sein. Jede Frau, ob sie aus Afrika kommt, aus Asien, aus Europa, ist behaftet mit diesem Geist, über den Mann herrschen zu wollen, weil es von Anfang an so war. Das war die Strafe. Gott hat sogar intensiviert. Kommst du mit? Okay. Botschaft hier ist, ich suche nach Glück und Wonne, Bruder Jonas, wo finde ich eine Frau, das ist nicht der Grund, warum du eine Frau suchst. In der Ehe passiert eine Formung. Durch die Ehe arbeiten beide dran, wenn er beschnitten ist und sie will endlich aus der Misere raus, über Gott herrschen zu wollen. Das weiß sie nur nicht. Und Adam weiß auch nicht, dass er über Gott herrschen will, wenn er auf die Frau hört, weil der Geist, der im gefallenen Zustand durch die Frau spricht, ist ja Geist des Feindes. Und wenn er auf den Feind hört, dann ist er eins mit dem Feind. Und der Weg ist durch das Kreuzigen der fleischischen Begierden. Musst du nicht glauben, kannst du glauben, leg die Stellen so aus, wie du es möchtest, schaust sie an, schau mal zu welchem Schluss du kommst. Okay. Dann guck doch mal hier. Erster Motto 3 haben wir schon so oft vorgelesen in der Adam und Eva und Garten Eden Serie. Vers 17, Kapitel 3. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, es gab keinen Baum in der Hinsicht, okay, der Feind brachte diese Frucht. Das war das Problem. Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht hast, es reichte aus, er muss jetzt hier nicht mehr aufhören, der Feind, Schlange sprach durch die Frau, war ja offensichtlich, hat er gefragt. Okay. Was hast du getan? Und die Frau hat gesagt, dass die Schlange hat mich verführt. Also wo die Quelle dieser Botschaft herkam, das ist klar. Die haben auf die Schlange gehört. Mutwillig. Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdwurm verflucht um deinen Willen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Also es wird jetzt eine Mühe sein, da rauszukommen. Und so Frau sprach er, Vers 16, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Das wäre der Ausweg. Siehst du die Strafe in der Strafe? Also sie hat begehrt, den Mann zu verführen und zu betören. und weil sie das tat, wird ihre Strafe sein, den Mann betören und verführen zu wollen. Also eine Verstärkung der Strafe in der Strafe. Aber er soll über dich herrschen. Wenn er beschnitten wäre und du bereit wärst, endlich das zu tun, was ich dir vor 6000 Jahren gesagt habe im Garten. Hör auf deinen Mann. Okay? Denn die Botschaft, dass man von dem Baum nicht essen soll, kam ja von dem Mann. Speziell hat das Gott den Adam männlich gesagt, bevor Eva geschaffen wurde. Okay? Und Eva hat es mitbekommen durch den Mann. Das ist Gottes Ordnung. Er schickt seine Boten, er macht es durch seine Kanäle. Niemals, weil der Mann nicht da ist, wird er die Ordnung ändern und beruft eine Frau zu predigen über den Mann. So arbeitet Gott nicht. Werden dir viele gemein heute sagen. Es ist halt so, wenn der Mann nicht an Ort und Stelle ist, muss die Frau es machen. Das musst du wissen. Wenn du Gott suchst, ich rate dir zu hören, was die Schrift sagt, aber die Entscheidung liegt bei dir. Okay. Zurück zu was Paulus sagte. Paulus hat gesagt, dass er würde, alle würden so bleiben wie er, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe bekommen. Was ist damit gemeint? Wenn es klar ist, dass das eine schwierige Zeit sein wird, warum nicht alleine bleiben? In der ersten Instanz, die meisten haben keine Kontrolle drüber. Viele, die behaupten, die haben Kontrolle drüber. Ich habe noch nie darauf gehört. Manche pilgern dem hinterher, das ist ein ganz besonderer oder hat besondere Gaben. Dann später hörst du irgendwelche anderen Sachen. War ich nie hinterher, habe ich nie gesucht. Es ist meistens, wie es ausläuft. Der Vater hat von vornherein seine Ordnung festgesetzt. Befolge du, was der Vater sagt, mach, was du möchtest, wie du es verstehst. Das ist ein klares Verständnis aus der Schrift. Aber wenn es klar ist, was ist jetzt die Thematik? Was soll ich jetzt da lernen? Was meint Paulus mit, soll doch jeder so sein wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe. Ein Junge sagt seinem Vater, du Papa, ich schule, jeden Tag und aufstehen und dann Brotdose und Wasserflasche und raus und Hausaufgaben und hin und zurück und muss ich das machen? und der Vater sagt im Prinzip nicht unbedingt, wenn du schon alles könntest, wenn du ein Genie wärst in deinem Alter und die ganze Welt schaut schon auf dich, weil du Dinge kannst, die keiner anderer kann und man könnte jetzt schon von dir Ressourcen und Weisheit verlangen oder empfangen oder bekommen, dann kannst du dir diesen Weg sparen, okay, das lange durchzumachen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann rate ich dir, geh diesen Weg in der Hoffnung, dass wenn du diesen Weg gehst und das alles durchmachst und es auf die richtige Art und Weise machst, du eines Tages stark genug bist, um entscheiden zu können, was du jetzt wirklich machen willst. Bis dahin, geh diesen Weg erstmal. Also Paulus sagt, wenn du schon beim Vater wärst, du bist schon beschnitten, du weißt, woraus es ankommt, die Zeit ist kostbar, du musst nicht wegen Bedürfnisse und Reize gucken und du bist jetzt schon imstande, einen Dienst zu machen für Gott, dann mach es doch lieber. Die Zeit ist kurz. Aber, weil die meisten es nicht können, geh den Weg. Das ist die klassische Botschaft. Ganz einfach. Okay? Jemand sagt, er kann, er muss nicht, muss er wissen, ich rate, geh in die Ehe, aber denke, dieses Bild wartet auf dich. Die Frau, natürlicherweise so geboren, merkt es, sie will daraus, wo kann ich das praktisch leben? Das, was Eva durchmachte, das, was Evas Aufgabe war, was Sarahs Aufgabe war, wo kann ich das praktisch durchleben, auf einen Mann wieder zu hören, ich brauche einer, der beschnitten ist. Gefahr im gefallenen Zustand ist, dass sie zu der Waffe Evas zurückgreift, den Mann beherrschen und kontrollieren zu wollen. Das ist ihre erste Natur. Das kommt höher, als dass sie sich beugen würde. Okay? Das ist der Kampf und Krieg, der in der Gesellschaft tobt. Man würde sagen, du bist nicht progressiv oder du bist gegen, ich bin gegen gar keine. Ich bin gegen gar nichts. Ich bin gegen keine Ehe oder gegen eine Frau oder gegen einen Mann, aber dieses Bild ist so verzerrt, dass selbst Prediger oder Menschen, die meinen, die verstehen es, würden es dir nicht richtig wiedergeben können. Gerade ein Vortrag oder ein Interview gehört, wo der Pastor das sagte, aus seinem Mund kam es. Es ist nicht so seine Bestimmung. Okay? Es ist nicht deine Bestimmung. Gott hat gesagt, dass der Mann ist Haupt der Frau. Und gleicherweise soll der Mann der Frau Ehre erweisen. Denn wenn die beiden dieses Bild geschafft haben, zurückzukehren zu der Ordnung Gottes, in der Ehe, wo ja, die Reize haben erstmal dich dazu gebracht, das zu tun, aber in seiner Gnade lässt der Vater dich da reingehen, damit du in dieser Ordnung lernst, auch wenn du es falsch gemacht hast. Du kannst es auf dem Weg noch lernen. Wenn du denn willig bist und du nicht dagegen rebellierst, dann kann man in der Ehe das Beschnittensein im Herzen und das Unterordnen und das wahrhaftige Leben so leben, wie der Vater es möchte. Leider werden viele ihre Zeit verschwinden mit Streit und erleben plötzlich Hölle, Eis und Feuer in der Ehe und fragen sich, wo es herkommt. Es kommt wegen dieser Ordnung. Das ist ganz klar und ganz klassisch. Und dagegen rebelliert der Mensch die ganze Zeit. Wird immer schlimmer werden, während die Apokalypse auf uns zukommen, das siehst du gerade vor deinen Augen, aber du, der dich jetzt durch die Gnade Gottes für Gott entschieden hast, arbeite und kämpfe in den guten Kampf, denn es ist ein Kampf. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frau ohne Wort gewonnen werden. Na denn, der Kanal ist nicht, dass die Frau predigen kann. Weiß Petrus auch. Okay? Der Kanal ist, der Mann muss bestätig sein. Jetzt ist aber die Situation da, dass der Mann nicht in der Position ist, das zu machen, weil er sich weigert. Okay? Seine Gelüste, seine Reize oder er will, dass die Frau leitet. Dann soll die Frau ihn bekehren, ohne ihn zu predigen, sondern durch ihren Wandel. So mag er eines Tages plötzlich darauf aufmerksam werden. Der Geist Gottes wirkt in meiner Frau, ich suche Christus auf, um wiederhergestellt zu werden, aber sie kann es nicht machen. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr gemeinsam erbende Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also erweise der Frau Ehre und Liebe, aber weiß, beide, da kommt etwas auf einen zu. Also machen die Augen auf plötzlich und sagen, Pustelkuchen, Glück und Wunder ist ja nicht alles, gerade wenn der Alltag jetzt eingetreten ist. Wir haben viel zu tun und das hat mit diesem Bild zu tun. Der Vater hat gesagt, seid fruchtbar und mehret euch, ergibt diese Bedürfnisse und Reize, damit wir uns in die Ehe erstmal begeben, aber wie dieser Weg in der Schule, es ist eine Zeit, um perfektiert zu werden und dann wird das ewige Leben geerbt. Das, was wir auch von Christus hören, dass in der Verherrlichung, in der Wiederauferstehung gibt es wieder Mann und Frau oder dieses Konzept von Heiraten. Dann sind sie beide gleichwertig. Es ist hier nur eine Probe, eine Reise gewesen, bis wir das Ewige empfangen. Glück und Wonne, weil du intim sein möchtest, das ist nicht der Hauptgrund. Mag der Grund sein, ich hoffe, ich hoffe, dass wenn du da zu eifrig warst oder du hast Dinge nicht beherzigst oder dass du Dinge nicht beherzigt hast und du suchst nach Dingen, die so gar nicht gegeben sind, dass der Vater dir noch die Augen öffnet und wenn diese Dinge eintreten, dass du verstehst, warum sie eintreten. Die sind gegeben worden, um geformt zu werden, zurück zum Ursprung, wieder in diese Union zu kommen. Glück und Wonne wird ein Beiprodukt sein, aber das Hauptziel ist geformt zu werden für das ewige Leben. Ich hoffe, der Vortrag konnte dir helfen, dir die Augen öffnen für gewisse Dinge, wenn du den Kanal abonnieren möchtest. Das kannst du gerne tun, wenn du die Arbeit, die ich hier mache, unterstützen möchtest. Das kannst du auch gerne tun. Die Info, wie du es machen kannst, das findest du in der Beschreibung von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir.